Die nächste Szene heißt Das behinderte Kind Die nächste Szene 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 Ihr oppعدet Du sie アー Du sie Was ist das Land? Wann, Frau, was machst du hier? Hab ich dir nicht gesagt, du sollst im Krankenhaus bleiben mit dem behinderten Kind? Lass mich voll endlich rein! Wann raus hier, bevor ich dich hier schlachte? Danke, Frau! Was soll das? Raus hier! Warum? Es ist auch hier meine Wohnung! Das Kind gehört aber nicht mehr! Raus! Dieser Kind ist behindert! Wieso hast du mich nicht vom Krankenhaus abgeholt? Wann soll ich mich auch noch vom Krankenhaus abwohnen oder was? Raus! Raus! Wer? Wieso raus? Was soll das? Es ist dein Kind! Jetzt verpisst du dich, aber schnell! Raus! Wer verpisst hier? Du oder ich? Jetzt raus! Raus mit mir! Ja! Ja! never mindst du dir was. Ja! Wieso? Oh! Ja! Das hier! Ja! Ich bin! Ja! Ich weiß nicht, was ich machen soll. Ich habe ihn gerade rausgeschmissen. Wann wollt ihr kommen? Morgen Nachmittag? Ja, in Ordnung. Ich warte danach. Ade, Mutter. Ade. Vielen Dank. Ich bin froh, Vater. Du siehst doch, ich soll nicht mehr gehen. Wo ist denn das Baby? Sie steht. Erzähl mal, was ist euer Problem? Nach dem Moment war er im Krankenhaus, wie er gesehen hat, dass das Kind behindert ist. Aber er ist nicht akzentriert. Er will das Kind nicht haben. Er sagt, es ist nicht sein Kind. Ist das wahr? Ja, der labert doch, Vater, ja? Stimmt das? Natürlich stimmt das. Hör mal, du dumm Kopf. Wir haben uns damals gefreut, dass du zum bist. Aber so, wie es aussieht, bist du der Pinner hier, oder was? Lass mal. Lass mal. Ruhe. Warte, Herr Wies. Sag mir, ob es in der Tasche ist. Aha. So eine Frinke. Ikel Krippe. Das Baby ist auf die Tasche. Ich weiß nicht mehr. Ja, wir können uns das nicht mehr tun. Das Baby ist auf die Tasche. Ich weiß, was war's? Nein, nein, nein! Nein, 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 nein. Vielen Dank. Schau. Das Kopf von diesem Baby. Dein Kopf? Mein Kopf? Das ist der gleiche Kopf. Verstehst du? Schau dir mal diese Hand an. Schau dir das Hand von deinen Kindern an. Gib dir einen. Das ist dein Kind. Schau dir das Hand von deinen Kindern an. Schau dir das Hand von deinen Kindern an. Aschis, du schweigst... Ich werde schon mein Blick mal einen Trotsky! Vielen Dank.